So, Mädels, wie schaut's aus? Weihnachten steht vor der Tür. Ja, mein Weihnachtsengel ist fast fertig. Also, letztes Jahr gab's noch einen Superman und der konnte wenigstens fliegen. Pah. Mein Weihnachtsengel muss nicht fliegen, der sitzt doch nur auf der Spitze drauf. Irgendwelche Lädvorschläge? Es ist ein Russ entsprungen. Ein Russ? Na, das kann man nicht machen, das ist der Chekhov beleidigt. Was ist der Spuck? Eine kleine Taschenlampe brennen. Ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei Haus. Was, Mr. Spuck? Gründlich durchgecheckt, steht er da und wartet auf den Start. Alles klar. Das ist doch kein Weihnachtslied. Was dann? Das ist ein Raketenlied. Nein, dann singen wir es halt an Silvester. Also, jetzt langs. Ich bin hier der Käpt'n. Wo hast du überhaupt die Kapitänsbinder her? Die, die hab ich halt. Solange ich hier der Käpt'n bin, herrscht auf diesem Schiff eine ganz besinnliche Weihnachtsatmosphäre. Also, hier oben war noch nie eine besondere Atmosphäre. Doch, und zwar eine ganz, ganz böse. Wer von euch war nicht brav? Ich war nicht brav. Nein, nein. Ich war nicht brav. first.